Stell dir vor, du öffnest deine Augen und bist plötzlich nicht mehr du selbst. Du merkst, dass du gefangen bist. Und mit dir unzählige andere. Langsam beginnst du zu begreifen, dass du wie sie bist. Lass dir die Augen öffnen. Von einer neuen Technologie, die dir diese einzigartige Erfahrung ermöglicht. Animal Equality macht es möglich.